Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. In diesem Video geht es auf jeden Fall um die Aufgabe, Folge der Schatzkarte aus, dass sie DVD ist, schwer. Und wir werden uns das Ganze mal anschauen, ich werde euch ganz genau zeigen, wo die Location ist. Und außerdem könnt ihr halt in dieser Woche auch den Roadtrip-Charakter freischalten. Viele haben gesagt, ey Fraps, man braucht neun Wochen und so. Nein, Leute, wenn ihr das Kleingedruckte liest, dort steht dann, dass ihr sieben Herausforderungen abschließt müsst, egal welche. Und dann bekommt ihr den Roadtrip-Skin. Nur damit ihr nochmal Bescheid wisst und dass da keine Verwirrung entsteht. So, ich weiß natürlich schon, wo der Schatz ist. Ich werde euch das Ganze direkt hier im Hintergrund zeigen, Leute. So, Leute, und zwar befindet sich der Schatz genau hier im Hintergrund. Und zwar werden wir dort hingehen und ich werde euch ganz genau zeigen, wo sich der Schatz befindet. Es gibt auch ne Möglichkeit, dass der woanders ist, aber laut den Leaks soll er hier sein. Es kann auch sein, dass er hier bei Salty auf dem Berg drauf ist. Deswegen geht halt die liebe Gurke, die liebe Gurke, nicht der liebe Gurke, what the fuck, Digga. Auf jeden Fall geht da die liebe Gurke hin und checkt die Lage ab, ob das dort ist. Und ich gehe halt hier hin. So. Wir haben uns den Schatz gar nicht angeschaut. Aber wenn der Schatz in das hier Divo ist, kann es gar nicht sein, dass der Stern hier ist. Würde absolut keinen Sinn machen. Also wenn der Stern hier ist, dann fresse ich auf jeden Fall einen Besen. So. Oha, wie hier alle hingehen. Aber hier wird kein Schatz sein. Oder? Oha, der ist hier, Digga. Nee, Leute. Jawohl, Leute, ich hab den Schatz. Easy peasy. Ich hau ab, Jungs. Haut rein. Yo. Haut rein. Das war's dann wohl. Also, Leute. Ja, das war's dann. Locker easy die Aufgabe gemeistert. Wir werden uns nochmal ganz kurz anschauen, welche Schatzkarte das ist. Also, wie die Schatzkarte ausschaut. Und wie gesagt, für alle Leute, die nicht wussten, wie genau Roadtrip-Charakter funktioniert. Also, Leute, es ist wie folgt. Und zwar muss man insgesamt neun Herausforderungen abschließen. Dann ist das Roadtrip-Event vorbei. Aber man muss insgesamt sieben Herausforderungen abschließen. Also komplette Challenges, Wochen-Challenges. Und dann bekommt man den Charakter halt. Je nachdem, was ihr halt haben möchtet. Ich bin jetzt verwirrt und weiß gar nicht, wo hier die Schatzkarte ist. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Naja, irgendwo hier in Dasty Divo muss es ja sein. Also, Leute, hier haben wir die Schatzkarte. So sieht die aus. Und ja, ich habe ja euch schon bereits gezeigt, wo genau die Lösung ist. Und ja, das soll es auf jeden Fall hier mit dem Video gewesen sein, Leute. Im Großen und Ganzen. Ich hoffe, dass ihr euch damit weiterhelfen konnte. Lasst mir gerne mal einen Daumen. Da vergesst auch, wenn ich das abonniere und die Glocke setze. Und teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden. Bra! Ciao! 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 Ciao!